Hallo, herzlich willkommen zu meiner Montagslage. Ja, dieser Montag startet im Wahlkreis, wie üblich natürlich mit Bürgersprechstunden, mit Terminen hier vor Ort. Aber über allem schwebt die furchtbare Katastrophe, die uns heute vor einer Woche in der Türkei und in Syrien ereilt hat. Nämlich dieses furchtbare Erdbeben, bei dem Tausende von Menschen ihr Leben verloren haben, viele ihr Hab und Gut. Und unsere Gedanken und unser Mitgefühl ist bei den Menschen und ihren Angehörigen in der Türkei, aber auch bei unseren vielen türkischen und syrischen Mitbürgern hier in unserer Region. Die um ihre Angehörigen bangen, die dorthin gefahren sind, um Beistand zu leisten. Und ich will an dieser Stelle auch ein ganz herzliches Wort des Dankes sagen für die Hilfsorganisation, für das Deutsche Rote Kreuz, aber auch das gesamte Aktionsbündnis, die sofort begonnen haben mit Hilfsmaßnahmen, mit Unterstützungsmaßnahmen. Ihnen allen gebührt unser großer Dank. Wir hatten am vergangenen Samstag im Bürgerbüro in Betzdorf auch eine Benefizaktion. In vierten gab es ein Benefiz-Fußballspiel, alles für die türkischen Erdbebenopfer und die syrischen Erdbebenopfer. Und ich kann nur aufrufen, beteiligt euch aus Solidarität an diesen Benefizaktionen, an den Spendenaktionen, beispielsweise über das Aktionsbündnis für die Erdbebenopfer. Die Menschen dort brauchen jetzt unsere volle Solidarität. In dieser Woche geht es aber trotzdem natürlich dann auch weiter mit den alltäglichen Terminen, sei es in Mainz. Aber auch dort werden wir an die Opfer gedenken. Wir werden uns am Dienstag, ich persönlich mit einigen Kolleginnen und Kollegen, in das Konsolenzbuch beim Generalkonsulat der Türkei eintragen. Und auch dort nochmal unser Mitgefühl und unsere Solidarität bekunden. Im weiteren Verlauf der Woche der Ministerrat, die Fraktionssitzung, vieles, was dort stattfinden wird, bis dann am Freitag wieder der Wahlkreis angesagt ist. Und ich freue mich hier ganz besonders auf meinen Besuch beim Wellermarkt. Was es da mit Aufsicht hat, darüber werde ich natürlich hier informieren. Ja, und Freitagabend bin ich dann eingeladen bei Mainz bleibt Mainz oder Mainz bleibt Mainz oder Mainz, wie es singt und lacht, ganz wie ihr wollt. Aber da schlägt dann die Fastnacht und der Karneval zu. Und wenn wir dann einmal schon eingeschunkelt sind, dann geht es direkt weiter am Samstag bei der Prunksitzung des Karnevalsvereins in Herdorf. Und mit einem kräftigen Nadaljö wünsche ich euch in diesem Sinne ein närrisches Wochenende und freue mich dann hier euch am Rosenmontag wiederzusehen. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf und bleibt gesund.